hallo und herzlich willkommen zu einer runde fakebarer wie ich das nenne oder wie anderen die last standing 6 v1 vor allen dingen 321 wo bist du noch woanders ja okay gut ja stimmt und ich habe nur noch zwei herzen und regenerieren ich weiß nicht wo du bist ach da ich sehe dich ich sehe dich weil ich das ein creeper hätte mich nicht bis bist du und war doch siehst du mich warte ich weiß wo ihr seid aber ich brauche zehn millionen jahre um zu laufen da ist noch ein creeper vom creeper ich habe ich weiß wo eure base ist ja okay gut das heißt wir können ins liegen das ist doch scheißegal du brauchst nicht nicken hat ja ich kann ja sag ich so also dieser folge wollen wir fahren gehen setzt da unten geht es wahrscheinlich zu dir runter oder nein hier hier da da kriegst du essen ich gehe dann erstmal ich wollte gerade wie viel eisen haben wir noch ich habe noch drei und ich brauche mal und ich habe eigentlich nur so vor sich da kommt ein creeper ja okay gut bei mir explodieren die creeper jetzt noch mehr also super weißt du ein toller begann hat gesagt weil ich seinen scheiß block hochgeladen habe dass er gesagt hat wo sie die scheiß effekt in gut so jetzt kommt er bestimmt gleich wieder ich werde die ganze zeit belagert von zombies ist echt geil ja aber ich frage mich gerade ob ihr irgendwo ist so zack zack ich würde mal sagen ich baue auch die fäden mal hier in der ganze ganze mine ab dass wir uns bilden machen können oder noch nicht durch ich nehme mal von oben mal die ganzen ofen mal mit weil ich keinen bock habe ganze wieder hoch zu rennen auch meine option okay dann kann ich die zwei steinschwerter einfach zusammenpacken so also 30 stück also habe ich ja auch schon die ganze zeit gefahren ja okay das heißt es da brauchen wir nicht nach oben ich gehe mal kurz hoch ob hier in der hülle nein op-äpfel sind nicht erlaubt es sind nur normale goldäpfel erlaubt da ist da ist das lava das ist dann mehr ist da mir ist ja schon jemand runter gegangen oder war das nö das sieht aus als ob keiner war ist noch ein teil der mine ich glaube ich habe eine kiste doch nicht ich habe ich doch schon abgebaut ich habe vergessen was ich machen wollte ich wurde ein so genannte schaufel mal machen eine eisenschaufel so genannte 1 ich habe einfach mal ein stack gegen das erste folge so das heißt ich baue mal hier noch das eisen ab ich weiß gar nicht wie viel eisen wir brauchen wollen wir uns eigentlich am anfang wir wollen uns eisenschwerter machen ja und die entspannt man nicht ich brauche mindestens erst fünf dias um die ganzen standard sachen zu machen wie er stimmt und ein kraft und ein kraft ich spiele das auf jetzt ist das irgendwie nicht gespielt auf der 1 11 habe ich das auf holländisch kommen nicht klar die 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 schlagen das ist das ganz so dass man sich selbst schlagen kann so ich kann jetzt schon ein Helm machen das heißt ich mache mein Helm die und ich habe die und ich bin so dran gewöhnt ich bin dran gewöhnt er ist es nicht alle zu haben tja man muss auch mal wieder auf den stand der dinge zurückkommen nein so spitzstange habe ich bewogen habe ich brauche ich die rosen brauche ich nicht was brauche ich noch nicht spinnenaugen brauche ich auch nicht oder doch deswegen schadens tränke ja gut das kann ich die gleich nehmen so dann komme ich mal zu euch runter und der spawn ist ja nicht bei 0 0 ist mir aufgefallen echt jetzt zum glück habe ich bei meiner ersten aufnahme direkt frei gehabt und wir können das zurückverfolgen wird wahrscheinlich einer von die einzigsten die dann gehen können aber irgendwie hat er auch rei gesagt man aber irgendwie hat er sagt man die man hat das reingeschrieben glaube ich irgendwo ich weiß nicht vielleicht auch nicht vielleicht sind wir auch die einzigen die das jetzt deshalb haben jetzt wird es recht gehalten sammeln wir Gankhauter mhm tt ja ja eigentlich schon ich will eine dings eine tt-falle machen ich muss jetzt kurz gucken wo ich hergekommen bin weil ich ja ich bin einfach nur kann er dir als auch wo ich mit zehn millionen meter reingrabe und wenn ich wenn ich einfach nur gerade aus untergegraben habe ich immer mal die aus gefunden ja gut das ist komisch hätte auch in laube reinfallen können aber egal so zack zack ich habe mir jetzt schon mal ein wasser einmal gemacht da ist ein creeper bumm macht der creeper da sind noch mehr creeper ich habe 14 level mittlerweile schon ich habe sieben level hoho ich bin besser ja ich bin auch nur ein paar punkte ab bis jetzt noch nicht mal ein tier gesehen ich bin ja ich bin auch für 38 aber fuck mich hoch ich bin dafür wenn alle noch nicht erhöhe ich bin für facecam also muss ich da drüber eine presse von lehrby drauf schneiden ja ich glaube auch oder den einhorn was unser motto ist genau wir sind die hashtag shoppen mit einhorn genau das ist jetzt aber team motto so wohin geht der gang hier wohin geht der gang der der gang sieht schön lang aus ich habe aber nur ich lauf ich lauf gerade nur durch die gegend durch die mine ich glaube immer weiter weg von euch sehr intelligent auf jeden fall aber ich glaube hier warst du schon mal ich muss erst mal wieder zurückfinden bei mir wenn ihr da seid ist ja auch meine idee oder sonst ja ja ich muss erst mal wieder zurückfinden sagst du immer ja schreckt immer dann kommt wieder das essen aus ne ja ja mir auch ähm hast du vielleicht zombiefleisch ähm ne hab ich nicht ehrlich nicht das kacke ähm ich weiß nicht wo ich bin so ich bin höhe 23 da muss ich glaube ich noch ein stück weiter runter denn noch gucken wo ihr seid dass ich euch wieder finde ja mein gang ist einfach mal endlich lang ey was ist der plan äh ob wir netter gehen naja solange wir einen Verzaugungstück haben um Schwerter zu kombinieren sonst würde sich das überhaupt nicht lohnen wahrscheinlich vielleicht sind wir auch einfach nur fiesse und haben den anderen die Level weg ja aber ein so weit reinlaufen weil am anfang das war auch eine option einfach mal mit einem Dings das ist nochmal eine eine Falle zu machen mit nether class wenn wir einen zilk touch haben zacke so Dias yeah geil 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 nice ich weiß ich bin einfach so behindert und grab die nicht da rum nein die zeit verlieren will ich baue mich mal hier in irgendeine richtung auch hier ist redstone super weil ich weiß ja wie die in spawn rate sind ey wow wir können ähm ich würde sagen es kaputt gegangen wir können äh ich mach jetzt eine Dingsspitzacke dir und danach äh fahr mich mal obsidian wenn wir irgendwo hier haben weil ich es ja ja ich komm euch mal hier entgegen weil wir haben nur das hallo ich hab auch noch äh Dings Dings äh äh eisen wenn ihr das braucht hier ist lapis lazwee in der richtung ähm so ich hab irgendwo den namen hier grad einen von den namen von euch beiden gesehen und daher keiner weiter außer uns online ist ne ist nicht ach so äh 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 jetzt kann ich euch angeh euch angehen digga ich hab ein Diaschwert warte weißt oder du isch mein Diaschwert zu craften das ist halt einfach für einen Spitzhacken geile zu machen oder so ne sache ich hab noch eine Spitzacke wir brauchen Lava wo ist Lava ja warum hast du denn jetzt ein Diaschwert gecrafted wir hatten du ja ich hab doch noch äh 5 Dias ich hab auch noch eine dicken Spitzacke schon gecrafted alter die hat überhaupt nicht zu ne ein Diaspitzhack du verstehst einfach nicht was die Stadt von mir will Ich hab schon mal Wasser. Das heißt, wir suchen jetzt einen Lavasee. Ähm, 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 anderes, komm mal kurz her, komm mal kurz her. Guck mal, was da ist und bau das einmal rundrum ab. Echt gerade so, ach lass mal nach dem Lavasee gucken. Alter. Wir können uns jetzt jeder Dia-Schwerter machen, wir haben genug. Ja, aber wie willst du denn Dia-Schwerter hochstacken? Hä? Ist doch egal. Wir, wir brauch erstmal Dia-Schwerter-Turm ist gut. Alter, ich bin der Dia-Mann, lass mich. Ich organisiere alles, dass wir nachher alles dreifach craften. Ja. So. Da hängt jetzt einfach ein Dia-Schwert, okay? Also machen wir Dia-Schwerter, oder machst du die? Ja. Oh, hätt ihr ihn nicht? Ja, weil ich immer halt so mache. Ja, dann... Ja, ich... Ja gut, ich hab alles, danke. Ja, jetzt hier für Dings. Da. Ich höre sind wie 11, okay. Das sind Dia-Schwerter nicht. Ähm, wir brauchst... Ja, aber... Heißt das, dass der Zauber das Dia-Schwert hat? Ja. Ja, aber dann damage das jetzt nicht, sondern nehmt euch ein Eisenschwert, um ihn gegen aufzuklären. Ja, ich nehm Steinschwert. Ja. Ja, ich hab doch immer noch 10 Stück. Ja, aber wenn du's verzaubern willst, dann brauchst du ja... Ja. Ich hab, by the way, noch ne Holzspilsack im Inventar. Ja, ich mach das immer in mein Survival-Welt so. Ich... Ja, ist hier der Pro. Du bist normaler Mensch. Ich brauch jetzt nur Lava. Ja, ja, Lava brauchen wir halt... Gibt's irgendwo eine Höhle oder so? Für ein leichtes Level, aber... Ja, wenn so ne Falle wird... Ja, wir wollen aber keine... Erstmal nicht... 5 äh... Redstone reichen für eine Falle schon. Man kann sogar einfach nur einen Baum hinsetzen und einen Redstone fackeln... Ähm... Das heißt... Das machen wir morgen. Das schaffen wir heute nicht mehr. Ich hab Wasser. Gut. Ich hab äh... Eine... Dia-Spitzhacke. Da würde ja keinen Weibel rausdrucken. Belastend. Ähm... Und hier drüber müsste auch anscheinend irgendwo eine Höhle sein. Cool. Äh... Ich brauch schon mal ab. Wir brauchen 4 Stunden. Ja, einen einzigen schaffst du aber nur. Die Folge endet gleich. Die endet in 5 Sekunden. Oh. Scheiße. Die... Äh... WOOOOO! Nein, ich krieg... Ich kann nicht die Eisheimel. Scheiße. Ja, gut. Das ist jetzt natürlich keiner gelaufen. So. Ich würde sagen... Das war's. Mit unserer Folge... Last Man Standing 6. Folge Nr. 3. VARO. Fake VARO. Ja. Jo. Und damit bedanken wir 3 uns recht herzlich fürs Zusehen. Und wünschen euch noch einen Frühshopping-Tag. Tschö.